Jo moin Leute, herzlich Willkommen zu diesem Video mit den Predictions. Es ist wieder Länderspielpause, damit ist dieser schöne Wettbewerb der UEFA startet wieder. Die UEFA Conference liegt Saison 20, 24, 20, 25 mit den Predictions. Los geht's dritter Spieltasteil, 1 von Teil 3. Heute um Marzenor, Lettland unterliegt Nordmazedonien 2 zu 4. Moldawien verletzt gegen Andorra 2 zu 5. Und um Sonnejo 5, Italien schlägt ganz knapp Belgien 3 zu 2. Israel unterliegt Frankreich 1 zu 3. Finnland gewinnt 4 zu 3 gegen Irland. England schlägt Griechenland 4 zu 1. Norwegen gewinnt 1 zu 0 gegen Slowenien. Österreich schlägt Kasachstan 3 zu 1. Fähre Inseln unterliegt Armenien 1 zu 0 zu 2. Und die Breitag gegen San Marino spielen 1 zu 1. So darf was vom dritten Spieltag des wunderschönen Wettbewerbers der UEFA. Die UEFA Kutsch Nations League für die Saison 20, 24, 25. Spieltag 3, Teil 1 von 3. So lasst ein Like, da lasst noch was da gut gek. Ciao. 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 Ciao.